Sehen wir jetzt noch Mila Marinova aus Bulgarien, die sicherlich um den Sieg hier mit Turm, 15 Jahre, im letzten Jahr hier Zweite beim DDP-Pokal. Die sehr schön ihre Seil, dann habe ich fritzig, koppig, mal was anderes. Kleiner Hänger, kurz ein Zehntel. Drei Versprungbahnen. Das war auch nicht korrekt. Mit dem Fuß abgeworfen und gleich doppelt gefangen. Doppeldurchschlag mit Abwurf nach vorne. 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 Doppeldurchschlag mit Abwurf nach vorne.